Am Zürich Oberland gefällt mir vor allem die gute Anbindung, sei es jetzt aufs Land, aber auch in die Stadt Zürich. Ich wohne seit 27 Jahren in Grüt, also da und arbeite auch im Bezirk und von daher spielt sich eigentlich mein ganzes Leben an. Ich denke, wir leben in einer sehr komplexen Welt, wo es nicht einfach Lösungen nach dem Schema schwarz-weiss gibt, sondern wo man auch viele Zielkonflikte bewältigen muss oder eben auch Lösungen in den Zwischenräumen finden. Und das kann die CVP als Mitte-Partei, als Vermittlerin zwischen den Polen sehr gut. Ich denke, im Moment das, was uns auch schweizweit betrifft, sei es die Reform der Altersvorsorge oder eben auch jetzt gerade mit den Gesundheitskosten, das ist auch in Bern noch zu wenig umgesetzt worden. Grundsätzlich, dass man mal sowohin definiert, dass man sagt, mit diesem Kostenwachstum können wir leben oder auch nicht. Und wie das jetzt eben gerade die Initiative, die die CVP macht, definiert nicht mehr, wie 5% über den Nominallohnentwicklung soll das liegen, dass man das Ziel vorgibt. Und dann als nächstes, dass man zum Beispiel das Territorialprinzip aufgibt, dass man auch im nahen Ausland Medikamente und Mittel einkaufen kann. Und dann drittens zum Beispiel auch die Gleichfinanzierung von stationär und ambulant und auch die Verschiebung mehr zu ambulanten Behandlungen, die weniger Ressourcen brauchen. Dass man zum Beispiel SmartVote, den Fragenkatalog, ausfüllt und dann kommen dort ein Strauss an Politiker rüber, wo man wählen soll. Und natürlich dort auch ein Auge auf die CVP hat, als mit die Partei, die an guten und sachlichen Lösungen interessiert ist, dann wählt.